Bismillahirrahmanirrahim Amin Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen Hamim Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allwissenden, dem Vergebenden der Sünde und dem Annehmenden der Reue, dem Strengen in der Bestrafung und dem, der voller Wohltätigkeit ist. Es gibt keinen Gott außer ihm. Zu ihm ist der Ausgang. Amin 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 Fahal ila khuruj min sabiil Zalikun bi anna hu ila duiallahu wahhdahu kafartum Wa in yushrak bihi tuminu Falchukmu lillahi lalil kabir Gewiss, denjenigen, die ungläubig waren, wird zugerufen Allahs Abscheu ist wahrlich größer als eure Abscheu vor euch selbst Da ihr zum Glauben aufgerufen worden, aber ungläubig geblieben seid Sie sagen, unser Herr, du hast uns zweimal sterben lassen und zweimal lebendig gemacht So bekennen wir unsere Sünden Gibt es denn einen Weg, hier herauszukommen? Dies ist so, weil ihr, wenn immer Allah allein angerufen wurde, ungläubig bliebt Ihr aber, wenn ihm andere beigesellt wurden, glaubtet Das Urteil gehört Allah, dem Erhabenen und Großen Er ist es, der euch seine Zeichen zeigt Und euch vom Himmel Versorgung herabsendet Doch bedenkt nur, wer sich Allah reug zuwendet So ruft Allah an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid Auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist Rufi'r der Jäteid Rufi'r der Jäteid Der Inhaber der hohen Rangstufen und der Herr des Thrones sendet den Geist von seinem Befehl, wem von seinen Dienern er will, damit er den Tag der Begegnung warnend ankündige, den Tag, an dem sie vortreten, wobei nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wem gehört heute die Herrschaft? Allah, dem Einen, dem Allbezwinger. Heute wird jeder Seele das vergolden, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Und warne sie vor dem Tag, der immer näher kommenden Stunde des Gerichts, an dem die Herzen vor Angst in der Kehle sitzen und sie unterdrücken ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde. Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Und Allah entscheidet der Wahrheit entsprechend. Diejenigen aber, die sie anstatt seiner anrufen, haben nichts zu entscheiden. Gewiss, Allah ist der Allhörende und Allsehende. Sind sie nicht auf der Erde umhergereist? So dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren. Sie hatten ja mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie. Da ergriff sie Allah für ihre Sünden. Und sie hatten vor Allah keinen Beschützer. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen. Sie aber ungläubig blieben. So ergriff sie Allah, denn er ist stark und streng im Bestrafen. Und wir haben uns geholfen. Und wir haben uns geholfen. Und wir sandten bereits Moses mit unseren Zeichen und mit einer deutlichen Ermächtigung. zu Pharao und Hamän und Karun. Sie aber sagten, ein verlogener Zauberer. Als er ihnen nun die Wahrheit von uns brachte, sagten sie, tötet die Söhne derjenigen, die mit ihm glauben, und lasst nur ihre Frauen am Leben. Aber die Liste der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Pharao sagte, lasst mich Moses töten, soll er doch seinen Herrn anrufen. Ich fürchte, dass er sonst eure Religion abändern oder dass er Unheil im Land hervorrufen wird. Und Moses sagte, ich nehme Zuflucht zu meinem Herrn und eurem Herrn vor jedem Hochmütigen, der nicht an den Tag der Abrechnung glaubt. Ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaos, der seinen Glauben verborgen hielt, sagte, Wollt ihr denn einen Mann töten, weil er sagt, mein Herr ist Allah? Wo er doch mit den klaren Beweisen von eurem Herrn zu euch gekommen ist. Wenn er ein Lügner ist, so trägt er die Last seiner Lügen. Wenn er aber die Wahrheit sagt, wird euch etwas von dem treffen, was er euch androht. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer maßlos und verlogen ist. O mein Volk, es gehört euch heute die Herrschaft und ihr habt die Oberhand im Land. Wer wird uns dann gegen Allahs Gewalt helfen, wenn sie über uns kommt? Pharao sagte, ich weise euch nur auf das hin, was ich sehe und leite euch nur den Weg des besonnenen Handelns. Derjenige, der glaubte, sagte, O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch etwas Gleiches wie den Tag der Gruppierungen. Etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Noas, den Aad, den Samud und denjenigen, die nach ihnen waren, wiederfuhr. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener. O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch den Tag des gegenseitigen Zurufens. Den Tag, an dem ihr den Rücken kehren werdet, wobei ihr nichts vor Allah Schützendes haben werdet. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Kapitel 6 kaburamaktan inda Allahi wa inda alladhina āmanu, kathalika yatbaʊullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Bereits zuvor kam Josef zu euch mit den klaren Beweisen. Ihr aber bliebt weiterhin im Zweifel über das, was er euch gebracht hatte. Als er dann gestorben war, sagtet ihr, Allah wird nach ihm keinen Gesandten mehr erstehen lassen. So lässt Allah in die Irre gehen, wer maßlos und voller Zweifel ist. Diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne eine Ermächtigung erhalten zu haben. Welch schwerwiegende Abscheu erregen diese bei Allah und bei denjenigen, die gläubig sind. So versiegelt Allah das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen. Und Pharao sagte, O Haman, errichte mir einen Hochbau, vielleicht kann ich die Seile erreichen, die Seile der Himmel, dass ich zum Gott Moses emporsteige und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner. So wurde Pharao sein böses Tun ausgeschmückt und er wurde vom rechten Weg abgehalten. Aber Pharaos listige Tat wird nur zugrunde gehen. Derjenige, der gläubig war, sagte, O mein Volk, folgt mir, dann leite ich euch den Weg des besonnenen Handelns. O mein Volk, dieses irdische Leben ist nur Niesbrauch. Das Jenseits aber ist die Wohnstätte zum bleibenden Aufenthalt. Wer etwas Böses tut, dem wird nur gleich viel vergolten. Wer aber Rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, jene werden dann in den Paradiesgarten eingehen, wo sie versorgt werden, ohne Abrechnung. und dabei gläubig sind, mein Volk, seht ihr, wie ich euch zur Rettung rufe, ihr mich aber zum Höllenfeuer ruft. Ihr ruft mich dazu auf, Allah zu verleugnen und ihm das beizugesellen, wovon ich kein Wissen habe, während ich euch zum Allmächtigen und Allvergebenden rufe. Es ist zweifellos, dass demjenigen, zu dem ihr mich ruft, keine Anrufung zusteht, weder im Diesseits noch im Jenseits, dass unsere Rückkehr zu Allah sein wird und dass die maßlosen Insassen des Höllenfeuers sein werden. Dann werdet ihr an das denken, was ich euch sage. Ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Gewiss, Allah sieht die Diener wohl. So bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Renken geschmiedet hatten. Und die Leute Pharaos umschloss die böse Strafe, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Pharaos in die strengste Strafe eingehen. Und denke daran, wenn sie dereins im Höllenfeuer miteinander streiten, dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhehlten, wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun einen Teil des Höllenfeuers abnehmen? Diejenigen, die sich hochmütig verhehlten, werden sagen, wir befinden uns doch alle darin. Denn Allah hat nun zwischen den Dienern gerichtet. Diejenigen, die sich im Höllenfeuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen, ruft euren Herrn an, dass er uns einen Tag von der Strafe erlasse. Diener 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 Sie sagten, pflegte nicht doch eure Gesandten mit den klaren Beweisen zu euch zu kommen. Sie sagen, ja, doch. Sie sagen, so ruft an, aber das Anrufen der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Wahrlich, wir helfen unseren Gesandten und denjenigen, die glauben, im diesseitigen Leben und am Tag, da die Zeugen auftreten. Am Tag, da den Ungerechten ihre Entschuldigung nicht nützt und es für sie den Fluch geben und es für sie die böse Wohnstätte geben wird. Wir gaben bereits Moses die Rechtleitung und ließen die Kinder Israels die Schrift erben. Als Rechtleitung und Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. So sei standhaft, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und bitte um Vergebung für deine Sünde und lobpreise deinen Herrn am Abend und am frühen Morgen. Gewiss, diejenigen, die über Allahs zeigen, haben in ihren Brüsten nur Neid auf das, was sie nicht erreichen werden können. So suche Zuflucht bei Allah, denn er ist der Allhörende und Allsehende. Wahrlich, die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung der Menschen. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Nicht gleich sind der Blinde und der Sehende und auch nicht diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun und der Missetäter. Wie wenig ihr bedenkt. Gewiss, die Stunde kommt bestimmt. An ihr gibt es keinen Zweifel. Aber die meisten Menschen glauben nicht. Und der Herr sagt, Ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Allah ist es, der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht und den Tag hell. Allah ist wahrlich vollholt gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Dies ist doch Allah, euer Herr, der Schöpfer von allem. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? So lassen sich diejenigen abwendig machen, die Allahs Zeichen zu verleugnen pflegen. Allah ist es, der euch die Erde zu einem festen Grund und den Himmel zu einem Gebäude gemacht, euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön geformt hat und euch von den guten Dingen versorgt. Dies ist doch Allah, euer Herr. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Er ist der Lebendige. Es gibt keinen Gott außer ihm. So ruft ihn an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Sag, mir wurde verboten, als die klaren Zeichen von meinem Herrn zu mir kamen, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Und mir wurde befohlen, mich dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben. Er ist es, der euch aus Erde erschaffen hat. Hierauf aus einem Samentropfen. Hierauf aus einem Anhängsel. Hierauf lässt er euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf lässt er euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt und damit ihr dann Greise werdet. Manch einer von euch wird vorher abberufen und damit ihr eine festgesetzte Frist erreicht und auf das ihr begreifen möget. Er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Wenn er dann eine Angelegenheit bestimmt, sagt er zu ihr nur, sei. Und so ist sie. Siehst du nicht diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten? Sie, die die Schrift und das, womit wir unsere Gesandten gesandt haben, für Lüge erklären. Aber sie werden es noch erfahren. Wenn die Fesseln und die Ketten um ihre Hälse angebracht sind und sie gezerrt werden, ins heiße Wasser und hierauf ins Höllenfeuer als Brennstoff geworfen werden. Und so ist es, der sich die Schrift und die Schrift und die Schrift und die Schrift Dann wird zu ihnen gesagt werden, wo ist das, was ihr Allah beigesellt habt und dem ihr gedient habt, anstatt Allahs. Sie werden sagen, sie sind uns entschwunden. Aber nein, wir riefen zuvor doch gar nichts an. So lässt Allah die Ungläubigen in die Irre gehen. Dies geschieht deshalb, weil ihr auf der Erde ohne Recht froh zu sein und zu sehr frohsinnig zu leben pflegtet. Betretet nun die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. So sei standhaft. Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Ob wir dich einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich vorher abberufen, zu uns werden sie zurückgebracht. Wir haben doch bereits vor dir Gesandte gesandt. Unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir berichtet haben. Und unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir nicht berichtet haben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn dann Allahs Befehl kommt, wird der Wahrheit entsprechend entschieden. Und verloren haben dann diejenigen, die die Botschaft für falsch erklären. Allah ist es, der für euch das Vieh gemacht hat. Damit ihr teils auf ihm reiten könnt. Und ihr könnt teils von ihm essen. Und ihr habt an ihm allerlei Nutzen. Und damit ihr auf ihm reitend ein Ziel, das ihr in euren Brüsten hegt, erreichen könnt. Und auf ihm und auf den Schiffen werdet ihr getragen. Und er zeigt euch seine Zeichen. Welches von Allahs Zeichen wollt ihr nun nicht anerkennen. Afelem يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِلْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَحْدِعُونَ Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie, aber nicht nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten. Als nun ihre Gesandten zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen, waren sie froh über das Wissen, das sie besaßen und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Als sie dann unsere Gewalt sahen, sagten sie, wir glauben an Allah allein und verleugnen das, was wir ihm beizugesellen pflegten. Aber nicht mehr nützen konnte ihnen ihr Glaube, als sie unsere Gewalt sahen. So war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits in der Vergangenheit an seine Diener ergangen war, und verloren waren da die Ungläubigen.